Hallo! Hier ist wieder die Chrissi aus dem Strubel. Da uns in letzter Zeit immer mehr Anfragen erreichen, wie man denn so ein Überweisungsformular ausfüllt, dachte ich mir, ich erkläre euch das heute mal in dem Video, denn so schwer ist es gar nicht. Viel Spaß dabei! Auf Wiedersehen! 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 Auf Wiedersehen!